jetzt fällt mir so doof runter voll so treppenstufen mäßig genau jetzt machen wir dich ich habe das gefühl ich werde mir alle roten münzen und 100 münzen für den schluss aufheben obwohl ich sagte ich will auch die nervigen sachen nicht aufschieben es war so klar dass mich da lang ist aber ich muss ja das war aber dafür auch logisch also ich weiß jetzt auch nicht wie sich das hier verhält auf dem ich werde ich am besten mal die idee kommt groß rum so gegen die wand wissen was ich hatte habe ich die nicht nur zwei mal geworfen mich jetzt komplett dämlich habe ich mich jetzt verzählt oder waren das jetzt nur zwei mal ok ich glaube das werde ich dann noch mal sehen später in der aufnahme ich kann mich auch verziert haben in meiner idiotie naja hauptsache ich bekomme den stern das ist das wichtigste wir haben jetzt hier hoffentlich da habe ich mich jetzt nicht vertragen ja 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 gleich 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 ihr kennt das von mir da ist der ketten und freut sich für mich mit und ich die perfekt von tik tok trauma das heißt ja ich tiktak trauma auf deutsch ne tik tok ist im englischen ist er ist nicht so wichtig ich lasse mich hier nicht wieder verleiten von all den netten boxen wo nichts drin ist ich bin einfach mal runter das war die dümmste idee der welt ich will halt nicht da oben sein wo nicht ist und dann denke ich mir immer ja ich werde einfach mal runter jumpen und gucken was passiert damit denn so weit bei rum vergesst hier pass auf oder ne scheiße mache ich diese bauchrutsche mist eben mache ich die bauchrutsche ok long jump wow ok vielleicht hat das etwas an zeit gut gemacht ich will das hier weg haben ich will den drecklich auf den armen ich hatte das es gab mal zeiten 1 ich normal probierter hände rutsche unterzurutschen nicht weiß nicht was sich daran geändert hat, dass ich das plötzlich so mache. Aber es klappt. Oh, es ist ja da hinten. Man muss es so sehen, ich glaube, ich hatte noch Nils Zeit 120. Scheiße, ey. Dauert das wieder ewig. Ne, doch nicht. Here we go, man. Was will ich machen? Was will ich machen? Dann das hier. Auch wenn ich wieder vergessen habe, was da ist. Sind hier überhaupt noch Sterne in irgendwelchen Boxen unten? Nein, so jedenfalls nicht. Nö. Ups. Ne, ne, komm, nimm mal ruhig mit hier. So. Ach, scheiße. Ich stelle mich schon wieder so unbeholfen, Mann. Mach mal Ohr. Ja. Ey, ich sehe da noch nichts, ey. Ohr. 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 Ich habe da noch so ein Werfttyp. Also nicht den, sondern den anderen hier. Das könnte helfen. Nein, hör auf. Bitte, 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 bitte. Ich muss diese Schaufel darüber kriegen, dann kann ich wieder spannen. Schaufel, Mann. Komm mal rüber hier. Ja, das würde klappen, es würde sogar klappen. Wenn hier mal einer hier ankommt, würde ich dich. doch doch zum glück ich werde hier umgeschmissen das geht tatsächlich so spare ich mir diesen nervigen dreifach sprung an der stelle das ist eine erleichterung ist da oben noch ein stern ich glaube ich glaube ich einen zacken erkannt von bestellen aber jetzt soll ich mit dem mit drei wird wieder ein stern weniger das muss sein es muss überhaupt was ist ach so ist das ein statt als ob ich den gegner so lange nicht mehr gesehen haben dass ich gar nicht wusste das ist warum mache ich das jetzt hier mit den pyramiden oh gott oh gott oh gott ja ich werde zumindest mit dem leben belohnt das mache ich hier was mache ich hier wollte was ist mit mir nicht in ordnung dass ich so weit in angreifen also es mag zwar sein dass ich hier so noch nicht wahr aber bisher ist das nicht mit erfolg gekrönt leider man ist da unten vielleicht irgendwas kamera ist nicht hilfreich das war höfreich kamera vielen dank jetzt wieder ausrichten langsam aber sicher das kann nicht sein dass ich immer noch nicht einen einzigen tod gefunden das ist das was mich am meisten ins grübeln bringt ich habe ich doch aussparen gesprochen keiner von denen glaube ich ja den hasen möchte ich machen und da der hier so merkwürdig vor der tür stehe war mir klar dass diesen stern hat denn das hätte ich mir gemerkt brett vorm kopf das ist auch krass weil ich jetzt schon 38 sterne habe und trotzdem noch nicht einmal hier gewesen um den hasen zu probieren nach 20 sterne das wird ein schnitt ich garantiere dass das ein schnitt wird ging ja ich musste nicht mal diesen long jump machen ja dann will ich mich gar nicht beschweren das war glaube ich eine knappe minute oder wo sie meine verhältnisse bei der wache echt sehr gut ich muss mich hier mehr in diesen räumen umschauen um die tot zu finden ich mache das wenn die cooper die fake alter nur die roten münchen übrig dann war ich bin falsch ja diesmal weiß ich dass ich falsch bin wenn ich da oben starte so und ich bete mal dass das mit dem ersten versuch gelingt ich stehe mich wieder doof an nein ich werde fast wieder so über das geländer gejumpt kann man das glauben hat mich hier auch fasziniert ist dass ich nie den kanonenbop gefunden habe obwohl ich hier alles abgesucht habe und er ist verschwunden ich kann mir zeit lassen so lange ich jetzt nicht noch richtig doof und runterfalle habe ich das hier problemlos bewältigt ich will es nicht verschreien ich will jetzt absolut nicht verschreien da war eine mob um die getötet wurde die flange war natürlich auch vorher nie da aber dann ist nicht entscheidend also vielleicht sollte ich auch mal ein ziel oder ich bin so voll am tag träumen hier hat das nicht gemacht weil ich in diesen möchte und noch extra warte eventuell tatsächlich verschlafen können das noch auszulösen die kamera wieder so toll dann zeig mal wo der ist aber den geld von englisch bewiesen im tor irgendwo und der an sich eine stelle sein die man leicht wieder erkennt hilfe nicht noch sterben also irgendwo hier in der wäre einfach so ein klatscher genau 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 so ich komme immer noch nicht dahin wo ich eigentlich möchte bei der welt was ist denn hier noch bei toto mountain oh no oh geil ey aber ich bin noch nicht ganz oben ups und buddelst du dich denn da noch aus mann alter lass mich doch mal da hoch oh mein gott ich dachte ich werde wieder erwischt ich werde schon wieder höre das affengeräusch können die agressiv werden aber ist ein bisschen bitte für eine die müssen weg die müssen weg wir müssen weg macht die erstmal bitte oh alter und das kann jetzt wieder dauern das kann dauern er geht dann wohl doch war mario 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 die mutter von mario ist jetzt wieder alle zeit der welt weiß wenn ich den fangen soll dann rennt er mich ständig davon aber jetzt ist er so langsam wo erscheint der stern ich nehme erstmal die münzen so lange scheiße ich muss jetzt dann nicht runter und wenn schon ich glaube ich möchte es jetzt lieber nicht so machen so ungefähr so ungefähr ja jetzt war doch hier gleich jawoll 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 ich mach's nur die wand nein 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 ist das einfach wie der leben von mir okay was war jetzt da drinnen fragt mich was leichter denn ja genau das habe ich mir auch schon gedacht dass das da war ich wüsste nicht mehr dass es jetzt ich wusste nicht mehr dass es da so eine einfache plattform gibt so eine einzelne ne 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 schaden nehmen hier anfangen danke wenn jetzt wieder der sterne obel erscheint alter dann ist aber hier die kacke am dampfen war ich dir gerade so geschafft los 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 ich hoffe dass ich hasse es kann doch nicht wahr dass alle spielgesetze hier außer kraft oh mein gott es ist genau da wo man ihn leicht holen kann ich habe jetzt nicht ausversehen den stern gegriffen